Hallo meine Lieben, es gibt großartige Neuigkeiten. Stellt euch vor, mein allererster Online-Kurs ist fertig und dann ist er auch noch kostenlos. Und das Thema dieses wundervollen neuen Online-Kurses ist, finde deinen Lebenssinn. Entdecke und lebe deine wahre Bestimmung. Darum geht es im Leben. Und in diesem vierwöchigen Kurs nehmen wir uns die Zeit dafür. Du findest, was dir wichtig ist, was dein Sinn ist, was dein Zweck für dieses Leben ist und wie du es natürlich umsetzen kannst. Und das ist großartig, weil es macht dich glücklich. Und deswegen sind wir hier. Wir wollen ein glückliches Leben führen. So, alles, was du dafür tun musst, ist, dich hier unten anmelden. Da ist ein Link, den klickst du und dann meldest du dich an und schon bist du kostenfrei dabei. Ich freue mich sehr auf dich. Ich freue mich sehr auf dich.